So meine lieben Freunde, der Bruder Ever... Der musste jetzt sein, Freund. Bruder Ever ist im Knast, ja, ihr wisst, was das bedeutet, ja. Die hat natürlich gerade ein Leid, das kann man sich gar nicht vorstellen, Alter. Die hat Mist gewollt und ist im Knast, oh mein Guinness. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf diesem neuen, schönen, geilen Video von DOWG, ja. Derzeit befindet sich die Bruder, Schwester Ever im JVA-Jugendverzugsstrafanstalt. Schwester Ever ist jetzt auf jeden Fall im Knast, meine Lieben. Das bedeutet, sie hat derzeit sehr, sehr viele Videos rausgehauen, sehr, sehr viel Musik. Ihr Album ist gerade im Moment sehr krass im Kommen. Und, ja, meine lieben Freunde, es gibt eine Pomo-Welle. Und zwar nicht von Schwester Ever selber, da sie sich ja im Knast befindet, sondern von ihrem, ja, Boss, Label-Boss, Hatar, ja. Er zeigt, wie er Schwester Ever unterstützt. Und er zeigt auch, wie er die Leute dazu animieren kann, Schwester Ever zu unterstützen. Nicht mit Unterschriften, sondern mit, ja, pushen, 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 meine lieben Freunde, ja. Natürlich haben sich auch viele Rapper, beispielsweise die Loredana, so wie auch die Juju dazu bewegt, mitzumachen mit der Werbetrommel, damit die junge Mutter, Schwester Ever, die natürlich ein sauberes Blatt ist, natürlich auf die Eins kommt. Und sie befindet sich derzeit auf Platz 2, meine lieben Freunde. Zieht euch gerne in diese ganzen Videos rein, äh, von Juju, von Schwester Ever, von D-Stat, von alles, was ihr wollt. Peace and out. Was geht ab, was geht ab, hier ist Loredana. Wie ihr alle Bescheid wisst, ist Schwester Ever gerade im Strafvollzug. Und zwar, lasst uns gemeinsam für sie die Eins holen, denn sie kann gerade keine eigene Promo machen. Deswegen mache ich gerne Promo für sie und ihre Tochter Elia. Lasst uns gemeinsam die Eins holen für sie, weil die Justiz denkt sich wahrscheinlich, sie kann die Eins nicht holen, äh, ohne ihre eigene Promo. Aber eigentlich, ihr wisst doch Bescheid, Leute, wir können das schaffen, free ever. Ich freue mich, dich beizusehen. Du bist eine tolle Mutter. Und, 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 ich küsse dich 1580,99 Mal.